hi leute willkommen auf meinem kanal willkommen bei ollie an cat tv ich mache heute mal wieder einen kleinen blog von unterwegs ich bin gerade mit den hunden unterwegs wir haben wunderschönes schwarzwaldwetter richtig richtig schön die sonne scheint da seht ihr es und ja ich habe gerade spätschicht diese woche deswegen fällt es mir relativ schwer unter der woche überhaupt noch video zustande zu bekommen sei es ein unboxing oder irgendwas anderes deswegen habe ich mir überlegt es gibt ein thema was mich beschäftigt und wahrscheinlich viele von euch da draußen auch das hat jetzt weder was mit film und fernsehen zu tun auch nicht mit statuen und figuren es ist ein thema es wurde eine petition ins leben gerufen die ich gerne unterstützen würde und das selber auch schon gemacht habe ich werde euch den link zur petition hier unten in der video beschreibung verlinken achtet bitte darauf dass ihr eventuell wenn ihr am thema interessiert seid und genauso gegen diese sache seit diese petition euch durchliest und auch gern daran teilhaben indem ihr das ganze unterschreibt und mit eurem namen dahinter steht ja das wäre sehr fein es geht darum dass tattoo farben verboten werden sollen und zwar nicht nur so wie es am anfang hieß blau und grün also komplett ja also da gibt es auch keine ausweich möglichkeiten da kann man nicht selber zusammen mischen oder oder sagen ja dann nehme ich von drittherstellern irgendwas oder nein blau und grün sollten schon vor geraumer zeit verboten werden oder sind es sogar schon teilweise so wie ich jetzt in einem live stream von so einer ja von 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 leuten die sich damit auskennen mitbekommen habe diese petition die die kam jetzt wirklich wie die faust ins gesicht so ein schlag gab das weil ich selber bin davon betroffen denn ich habe ein relativ großes rückenbild was noch fertiggestellt werden sollte und zwar farbig ja ich bin keiner kein fan von black grey stil den es ja in der youtube welt gibt ja sieht zwar alles schön aus aber ich bin dann eher der bunte kamerad der jetzt auch gerne blau rot orange grün und so weiter zum einsatz gebracht hat oder besser gesagt sich damit farblich gestaltet hat lassen ja also ich habe einen tätowierer meines vertrauens oder eine tätowierstube meines vertrauens da gehe ich seit vielen jahren hin und bin auch schon also der eine oder andere kennt mich ja ich bin nicht wenig tätowiert und für mich ist das ist das jetzt kein kein ja wie soll ich sagen ja kann man mal machen und wenn es wegfällt ist es halt so es ist wirklich so dass ich dass ich dass ich das wirklich nicht nur vermissen würde wenn es da auf einmal keine bunten tattoos mehr gibt sondern dass ich das regelrecht in frage stellen möchte ja deswegen jetzt hier mein kurzes video das wird jetzt kein langes ding aber ich habe gedacht ich nutze die zeit jetzt einfach mal bei dem schönen wetter wie ich zurück ja wie gesagt es geht darum dass sich irgendwelche leute ausgedacht haben richtlinien und grenzwerte festzusetzen von den inhaltsstoffen dieser tattoo farben und da gibt es jetzt mittlerweile jetzt nur noch drei hersteller so also ich mache das jetzt aus dem kopf ich habe kein script aber ich habe mir alles vorher noch mal kurz durchgelesen deswegen gebe ich euch ein paar sachen weiter es kann sein dass die eine oder andere sache nicht ganz passt aber das könnt ihr dann in der petition selber durchlesen also es gibt jetzt mittlerweile so habe ich festgestellt drei oder habe ich so festgehalten drei hersteller die schwarz herstellen können und einer davon hat noch irgendein weiß das war es dann ja also schwarz und weiß am anfang dieses blau und grün seien dann irgendwann verboten ab dem 4 januar 2022 übrigens ja das ist jetzt bald in dem vierteljahr ist es soweit und ich habe jetzt in dieser petition gelesen es geht es nicht mehr nur um blau und grün was schon schlimm genug ist weil mit blau und grün machst du einiges ja das sind wichtige farben in der tattoo welt mittlerweile sind auch magenta violett orange gelb alles alles verboten wird dann verboten sein oder ist es schon ich bin mir nicht sicher auf jeden fall ob es das jetzt schon ist oder erst in drei monaten sei mal dahingestellt es ist sowieso so dass man bei namenhaften und tätowieren die was auf dem kasten haben sowie bei meinen leuten zum beispiel da ist es sowieso so dass du dass du da ein halbes jahr bis noch länger wartest auf den termin ja von dem her das sind namenhafte leute die schon einige auch preise abgeräumt haben auf conventions in dieser tattoo szene und ich selbst war schon mehrfach auch das ist eine große ehre für mich in verschiedenen tattoo magazin verewigt mit meinen bildern die ich dort mir habe stechen lassen und ich bin ich bin jemand der der nimmt sowas schon dann nova nova ja ich nehme sowas dann schon ernst ja also ich bin jetzt nicht so jemand der sagt ja dann ist es halt so obwohl ich manchmal in manchen sachen schon so ein bisschen gleichgültig bin wenn irgendwelche gesetze verabschiedet werden von leuten die davon gar keine ahnung haben und ich glaube in diesem fall ist es so weil ich habe mir jetzt bei diesem live stream noch mal angehört wie das ganze zustande kam da wurden tattoo farben wurden eingestuft ob sie jetzt medizinische zwecke erfüllen oder kosmetische zwecke und beide seiten wurden nicht der tattoo farbe eingestuft also tattoo farbe ist weder kosmetisch noch medizinisch eingesetzt sondern erfüllt andere zwecke es wurden aber werte benutzt die der medizinischen und der kosmetischen richtlinien entsprechen sollen ja also das ist so eine sache medizinische zwecke erfüllen tattoo farben nicht weil sie keine heilende wirkung erzielen und kosmetische zwecke nicht weil kosmetik ich sag jetzt mal kosmetik ist meistens so zu halten dass sie dass sie für einen gewissen zeitraum ja aufgetragen wird und dann wieder vergänglich ist ja und das ist bei tattoo farben natürlich nicht so dass es farbe die unter die haut geht und dann mehr oder weniger ja je nach je nach tiefe eindringtiefe dann für immer ja es heißt ja auch tattoos sind für immer es gibt da zwar methoden um das ganze wieder löschen zu lassen ja lasertechnik und so weiter ja oder diese 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 wie heißen die dinger diese nicht permanent tattoos sondern diese ja die nach einer weile wieder weg gehen aber davon bin ich gar kein freund ja also sowas fand ich schon immer sehr verwerflich der sich da auf mallorca oder sonst irgendwo ein tattoo stechen lässt und die sagen alle dann nach einem halben jahr sind die dinger weg ja die werden dann einfach nicht so tief gestochen ja das ist einfach der trick an der sache die werden die sehen dann irgendwann mal richtig schön scheiße aus ja und da denken sich leute ach ich habe bock auf ein tattoo aber ich weiß nicht ob ich es immer will hier was weiß ich sebastian und sonja forever ja und nach zwei tagen ist schluss und dann denkst du dir gott sei dank ist das nach einem halben jahr wieder weg ja das ist nicht weg ja das ist immer noch in der haut die narbenbildung die wird wahrscheinlich vorhanden sein und es wird man immer so einen kleinen scheinen sonst schimmer wird drüber stehen auch wenn die farbe sich langsam auflöst weil sie nicht tief genug gestochen ist ja das das kannst du dann kannst du dann nicht sehen als als so möchte gern tattoos ja und wehtun tut es genauso sage jetzt mal so ja für alle die jetzt gedacht haben so was mache ich weil dann tut es vielleicht nicht so weh ja da haben ja auch viele ein bisschen bammel vor aber ich muss ganz ehrlich sagen tattoos haben sich in der heutigen kultur so weit etabliert ja das war ja mal kulturell anzusehen tattoos ja das hat das hat mal was weiß ich das ist ja schon jahrhunderte alte tradition tattoos ja damals wurde das natürlich noch anders verwirklicht diese farbe unter die haut zu bringen aber mittlerweile hat es so ein status also es war dann mal eine ganze zeit verwerflich auch ich in meinen anfangszeiten wo ich das erste zweite und dritte tattoo hatte da war das noch ein ganz kleines bisschen da hatte ich die oma an der kasse im aldi schon mal ein bisschen komisch angeguckt ja aber mittlerweile gucke ich dann ich dann persönlich leute komisch an die in meinem alter sind oder jünger und und die haben gar kein tattoo was mit denen los ja da bin ich ein bisschen so ja da bin ich genauso verdutzt wie man dann in der heutigen zeit kein tattoo haben kann also ja geht ja gar nicht nee aber jetzt mal ernst also bleibt der jem immer noch seine selbe also seine eigene meinung ja und und seine freie entscheidung steht dahinter ob man sich jetzt ein tattoo stechen lässt oder nicht aber die petition die würde jetzt viel bringen dass die tattoos dann auch gern mal bunt sein dürfen ja weil viele tätowiere haben sich eben spezialisiert ihr kennt diesen stil den ich jetzt bevorzuge zum beispiel diesen trash polka stil trash polka das bedeutet man benutzt schwarze farben und verschiedene grautöne und dann noch ein schönes saftiges rot ja zum beispiel und damit damit macht man mehr oder weniger abstrakt aber dann auch wunderschön gestaltet und schön gestochen sieht das ganze fantastisch aus ja dieser trash polka stil gefällt mir persönlich sehr gut dann dieser realistik stil ja da muss ich sagen schwarz weiß bilder g meistens schon klar ja also dann kann man auch diese noch erlaubten schwarz und weiß töne benutzen die farben aber ich bin mir nicht sicher ob wenn man so diese richtige realistik einsetzen möchte also mit haut tönen und so das haben ja manche tätowiere auch drauf dann braucht man auf jeden fall verschiedene orange töne rot töne eventuell auch grün und blau um die schatten bildung schön darzustellen ja es ist nicht so einfach und ich bin der meinung diese grenzwerte und richtlinien die da einzuhalten sind die sind nicht realisierbar in den nächsten jahren so habe ich das halt nachgelesen und so plapper ich jetzt nachher ihr wisst ich bin kein mensch der sich jetzt groß schert um um jetzt diverse gesetze die verabschiedet wurden oder werden sollen von leuten die gar keine ahnung haben ja also diese leute die sowas verabschieden solche gesetze verabschieden und solche sachen vorhaben ich wette die haben 0,0 tattoos ja und die sagen auch einfach machen wir einfach so weil es gibt da jetzt richtlinien es gibt da grenzwerte und sobald man die nicht einhält ist das ganze verboten und fertig unterschreiben wer ist dafür ja alle ja okay tschüss so aber ihr müsst jetzt mal die besondere situation und die besondere schwere der situation auch beachten wir haben jetzt das zweite corona jahr ja das zweite corona jahr und ich weiß dass gastronomie einzelhandel und solche zentren für kosmetische veränderung am körper dazu zähle ich jetzt mal tätowierer und auch aber friseure und massage anstalten was weiß ich wie man die nennt ja das zählt ja alles dazu ich muss aber dazu sagen tätowierer sind bei dieser sache viel zu kurz kommen ihre läden wieder öffnen zu dürfen obwohl und da möchte ich jetzt noch einen ganz großen punkt ansprechen obwohl beim tätowierer also alle die ich kenne ja das sind nicht diese verruchten verrauchten mit leeren whisky flaschen bis an die decke hoch gestapelten bruchbuden wie man sich die früher mal vorgestellt hat nein es sind sowas von hygienische läden da wo ich hingegangen bin vor allen dingen mein tattoo studio meiner wahl also das ist sie übrigens die die brigobane tätowierstube in hüfingen ja da gehe ich seit jahren hin ich weiß dass die leute sowas von mega hygienisch vorgehen dass nach jedem arbeitsgang nicht nur nach jedem nach jeder person wird da alles grundgereinigt nein auch wenn man mal eine kurze pause braucht also entweder als tätowierer oder tätowierter also als kunde ja dann 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 wird da alles absolut sauber wieder gemacht mit mit desinfektionsmittel wird da nicht gespart es ist viel hygienischer als bei jedem was weiß ich bei jedem edeka die die ganze zeit auf haben dürften zum beispiel ja einzelhandel und so weiter einzelhandel ist halt es wurden viel früher einzelhandelsgeschäfte wieder eröffnet die nicht lebensnotwendig sind ja und auch friseure dürften tätowierstuben oder tätowierer dürften noch nicht öffnen und jetzt müsst ihr euch mal vorstellen das zweite jahr ich weiß von sieben monaten es könnten aber mittlerweile auch viel mehr gewesen sein dass meine tätowierstube mein tätowierer des vertrauens seine läden seinen laden komplett dicht machen musste sieben monate lang er hatte mehrere angestellte wie sich dieses angestellten und an und und chef und angestellter verhältnis ergeben hat mit lohnfortzahlungen oder ob die alle auf eigene kappe tätowiert haben das weiß ich nicht da stehe ich jetzt nicht dahinter das weiß ich nicht aber ich weiß sieben monate kriegt immer sieben monate gar kein geld ja und anderen werden hilfen zugesprochen vom staat und der tätowierer geht einfach leer aus man hat ja nicht nur keine einnahmen man hat ja noch die mietkosten für das gebäude wo man das ganze stattfinden lässt das sind ja nicht diese eigenen keller gewölbe oder im eigenen haus oder irgendeine rocker bar oder sonst was wie wie sich das die wahrscheinlich die politiker so vorstellen ja oder leute die diese gesetze verabschiedet haben ich kenne keine einzige person die irgendwie leiden musste weil die farbe irgendwie schlecht war die der tätowierer dieser person verpasst hatte ja ich kenne ich keine person oder viele sagen rot tut mehr weh als schwarz ja da da muss ich dann dazu sagen es kann schon sein dass farbige tattoos es einem vorkommt dass das es mehr weh tut es kann sein dass leute sowas behaupten ich kann mir dann aber bloß vorstellen dass es so ist dass wenn man beim farbigen ausmalen so nenne ich das jetzt mal da wird er mit mehreren nadeln gleichzeitig tätowiert wenn bei diesem ausmalen irgendwas ausgelassen wird und sei es nun ich sag jetzt mal pixel ja damit könnt ihr vielleicht mehr anfangen sei es nun pixel sieht man das später mehr als würde jemand eine schwarze fläche ausmalen ausmalen sei jetzt mal und oder so ein black grey ding ja also wo verschiedene schwarz und grautöne kommen wir mal zurück leute wo verschiedene grautöne angewendet werden da sieht man so ein pixel eventuell dann eher nicht so ja deswegen kann es einem vorkommen dass bei rot zum beispiel blau grün oder sonst irgendwas öfter mal drüber gefahren wird über diese haut stelle und es einem deswegen mehr weh tut ja das ist so die es liegt nicht an der farbe selbst ja nicht dass das jetzt rot oder blau irgendwelche inhaltsstoffe habt die jetzt säure enthalten oder so ich weiß es nicht oder kleine glassblätter oder so ich weiß nicht wie die leute sich das vorstellen auf jeden fall leute lest euch die petition bitte durch ich bin ein befürworter der petition ich werde auf jeden fall mal am ball bleiben und euch gerne informieren wie weit ist aber das wäre auf jeden fall eine ganz fatale nummer für gerade tätowierer die die wirklich was auf dem kasten haben und ich muss ganz ehrlich sagen mein rücken ist noch nicht fertig leute aber um mich geht es jetzt hier nicht ja aber das große stück was am rücken noch fehlt sollte tatsächlich mit farbe gefüllt sein weil in schwarz grau oder sonst irgendwas da ist nichts rauszuholen weil es ein ich sag jetzt mal ein buntes tattoo ist ich habe auch sehr viel rot am körper sehr viel blau ich glaube blau ist dass die farbe die am meisten vertreten ist sogar richtig sattes blau auch und ich wollte diese zeit jetzt nutzen diese kleine gassi runde um euch darüber zu informieren dass da was ganz großes im argen liegt es trifft er jetzt nicht nur meinen tätowierer es trifft ja tausende tausende tätowierer sind betroffen der hammer ist noch sich bereits im besitz befindende farbe nova warte farbe darf nicht mehr verwendet werden auch wenn ein kunde seine farben mitbringen sagt stechen wir das in die haut verboten ja komplett verboten da gibt es auch keine grauzonen in dem fall das wort passt jetzt eigentlich ganz gut sogar grauzonen gibt es keine es gibt nur richtig und falsch und richtig ist nur noch schwarz und nur von diesen drei herstellern und nichts anderes ja falsch wäre jeder jede andere farbe jede und ich weiß dass so ein sortiment eines tätowierers unter umständen genauso viele farben haben kann wie ein aquarell mal kasten ja das sind so 48 farben oder so verschiedener nuancen von einer farbe und glaubt mir leute dann werden viele tätowierer die sich vielleicht auf farbige tattoos auch spezialisiert haben die kundschaft ja entweder umstimmen müssen oder es ist wieder mal ein schlag in die bauchgegend wo praktisch die tätowierer nach dieser oder noch immer noch in der corona phase drin steckenden situation noch mal gel werden ja das ist es ist nicht cool das ist nicht cool man muss ich meinen die situation dieser leute rein versetzen ja die die haben sich da was aufgebaut über über mehrere jahre jahrzehnte und auf einmal kommt irgend so ein knilch und sagt hey die richtlinie ist so die grenzwerte ist so also nicht realisierbar ja wird verboten fertig ich habe schon mal so ein thema gemacht da ging es um artikel 13 wo ich mich aufgeregt habe mittlerweile muss ich sagen das war zu früh geschossen von meiner seite aus ja aber ich war da so gepusht von der ganzen geschichte ich dachte jetzt ist in zwei wochen vorbei ich darf keine youtube videos mehr machen und das wäre für mich persönlich wirklich sehr schade gewesen mittlerweile hat sich das thema ein bisschen gelegt für mich persönlich es gibt da zwar einige sachen die man jetzt beachten muss seitdem spätestens seitdem aber die sache hier soll auf jeden fall ein ganz kleines bisschen aufmerksamkeit erhalten auch von meiner seite aus ein paar tätowierte kenne ich ja und ja wie gesagt ich fände es extrem schade wenn jetzt aufgrund irgendwelcher leute die da was sind so ein stein ins rollen gebracht haben auf einmal ist keine farbigen tattoos mehr geben soll das meine hunde naja ich bin jetzt auch durch leute ich ich fände es schön wenn ihr euch die petition mal durch lest und würde sagen macht euch mal einen kopf darüber ja das war jetzt mal wieder so ein thema ein bisschen so außerhalb der film und figuren welt und ich sage dankeschön fürs zuschauen schaut auch gern beim nächsten mal wieder rein wer noch kein abonnent meines kanals ist kann das gerne nachholen abonniert meinen kanal aktiviert die glocke und dann sehen wir uns hoffentlich gesund und unter beim nächsten video wieder euer lieber ollie ankart und ja ich sehe es gerade selber am montag habe ich ein friseurtermin dann ist wieder besser friseur ja friseur ist erlaubt